Herzlich willkommen zur HSC-Challenge. Wir kommen zum Lattenwerfen. Latte hat was zu tun natürlich mit Handball und es ist der beste Freund des Torwarts. Das Lattenwerfen jetzt kommentiert vom Kult-Kommentator Andreas Leopoldscher. Ja, danke, danke lieber Thomas. Lattenwerfen ist also angesagt. Jetzt rechtsaußen gegen rechtsmitte. Jeder hat fünf Würfe von der Freiburglinie nacheinander. Pro Lattentreffer gibt es demnach einen Punkt. Ja, die Nummer 69 mit dem ersten Wurf und knapp darunter. Zweiter Versuch. Ja, wieder nichts. Meine Damen und Herren, Milos muss sich jetzt mal konzentrieren. Oh, und haben Sie es gehört? Das war wohl ein Treffer, zumindest wird er hier gewertet. Und das zweite Tor, äh, der zweite Treffer, Entschuldigung meine Damen und Herren. Und vorbei. Nur zwei von fünf. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was der Lukas so aufzubieten hat. Aha, eine ganz andere Technik, meine Damen und Herren. Der faszinierende Unterarmwurf bringt ihm jetzt schon das 2 zu 2 und hat immer noch drei Würfe aussteckt. Und dann ist es schon eingetütet. 3 zu 2, meine Damen und Herren. Da kann er die anderen beiden auch locker vorbeisegeln lassen. Ja, am Ende heißt es nun 3 zu 2 für Luki Yuskenas, zelebriert in Form eines Jubelschreis à la Cristiano Ronaldo. Und ja, was der Verlierer dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt. Heute ist nicht mein Tag und ich muss viel besser das nächste Mal. Ja, und sehr gute Spieler für Lukas.